Hallo zusammen, ihr kennt sicherlich alle das Dilemma mit dem vielen Laub im Herbst. Es ist sehr mühselig, diesen natürlich aufzusammeln, sehr anstrengend, diesen dann auch anschließend zu entsorgen. Und das Ganze ist natürlich zeitaufwendig. Abhilfe verschafft da natürlich ein Laubsauger bzw. ein Laubgebläse. Und da es aktuell so viele Modelle auf dem Markt gibt, haben wir uns die Mühe gemacht, euch mal die beliebtesten und besten 5 Laubsauger herauszusuchen. Wenn ihr jetzt auch einen Laubsauger gerade braucht, dann schaut euch also unbedingt dieses Video bis zum Ende an, denn wir stellen euch alle interessanten Modelle vor. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich und fangen dann auch direkt mit Platz 5 an. Auf diesem Platz landet bei uns der Einhell GCEL 3000E Laubsauger. Jetzt gucken wir uns da mal die Vorteile an. Wir haben hier also einen sehr guten Laubsauger mit einer sehr hohen Leistung. Es ist ein Blas- und Sauggerät. Wir haben in Zusatzhandgriffen ein Aluminium-Lüfterrad, eine Häckselfunktion, eine Drehzahlregulierung. Er ist sehr ergonomisch, die Nachteile leider auch sehr laut und hat ein sehr hohes Eigengewicht. Da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier eine Leistung von 3000 Watt, ein Gewicht von 8,23 kg. Er ist Kabel geboten, hat eine elektronische Drehzahlregulierung, ein einstellbarer Tragegurt. Es ist ein zweiteiliges Saugrohr und er hat einen Blasluftstrom von 300 kmh. Die maximale Saugleistung beträgt 840 Quadratmeter in der Stunde und hat ein Fassungsvermögen von 45 Litern. Schauen wir uns nun einfach mal den Laubsauger hier auf Amazon an und selbstverständlich verlinke ich euch auch dieses Modell unten in der Videobeschreibung. Also klickt mal auf den Link drauf, da kommt ihr zu dieser Seite hier und könnt euch nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Gehen wir mal erst zum Preis bzw. hier, wir haben hier zwei verschiedene Versionen. Wir haben hier die kleine Version mit 45 Litern, die kostet 56 Euro. Da gehen wir auch gleich mal weiter runter zu den technischen Daten, sieht hier sehr gut aus. Wie gesagt, wir haben hier eine sehr hohe Leistung und auch die Variationsvielfalt fällt hier gut aus. Hier sehen wir auch nochmal direkt im Vergleich zu dem anderen Produkt, was Einhell ebenfalls anbietet. Da gehen wir etwas weiter runter und schauen wir uns mal die Bewertungen an. Ist alles okay, es ist ein guter Laubsauger, sieht eigentlich alles sehr positiv aus, kann sich also sehen lassen. Und wie gesagt, den Link, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf, dann könnt ihr euch das auch nachher nochmal in aller Ruhe genau anschauen. Weiter geht es mit Platz 4 und auf diesem Platz landet bei uns der Black & Decker GW 3031 BP Laubsauger. Auch hier gehen wir gleich mal weiter zu den Vorteilen. Wir haben hier einen sehr guten Preis, eine sehr hohe Blasgeschwindigkeit, eine sehr gute Saugleistung, ein großes Fassungsvermögen, hat auch eine Häckselfunktion. Er hat einen rückentragbaren Fangsack, einen aufsteckbaren Laubbrecher und die Nachteile etwas hohes Gewicht und er ist natürlich auch etwas laut. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier 3000 Watt Leistung, er ist kabelgebunden, hat ein Gewicht von 3,7 kg, Empfangsack mit 72 Litern, wir haben Blasluftstrom von 418 kmh, Schnellverschlusssystem, einstellbarer Tragegurter, eine Häckselfunktion und ein sehr robustes Gehäuse. Selbstverständlich gibt es auch diesen Laubsauger auf Amazon und ich verlinke mich euch auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da mal drauf klickt, dann kommt ihr genau zu dieser Seite hier. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Produktbilder in der Übersicht, wie man den im Grunde anwendet mit dem sehr großen Laubsack, der hier natürlich sehr positiv zu erwähnen ist. Der Preis 106 Euro ist durchaus noch akzeptabel, wenn man bedenkt, dass man hier wirklich sehr schnell sehr große Flächen dann vom Laub befreien kann. Auch die Leistung ist völlig in Ordnung und mehr als ausreichend und auch hier sehen wir nochmal die einzelnen Anwendungsbereiche, was man damit so alles anstellen kann. Hier nochmal der Vergleich mit anderen Modellen seiner Bauart von Black & Decker, da sieht es eigentlich auch sehr gut aus und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch mal hier die Bewertungen in aller Ruhe an. Wir haben hier ein sehr schönes Stück, ein sehr gutes Gerät, ein tolles Produkt, was auch sehr viel Leistung hat und auch die weiteren Bewertungen, die sehen ja sehr gut aus. Man kann ihn also hier durchaus weiterempfehlen, wenn es hier gerade um größere Grundstücksflächen geht. Platz 3, auf diesem Platz landet bei uns der Bosch Universal Garden TD Laubsauger. Gehen wir auch hier gleich mal zu den Vorteilen über, wir haben hier einen sehr guten Preis. Eine kompakte Bauform, ein hohes Fassungsvermögen, ein bisschen Blas- und Sauggerät, wir haben hier eine Drehzahlregelung, eine Häckselfunktion und auch eine Lärmdämmung. Die Nachteile leider ein etwas hohes Gewicht und das Design lässt natürlich hier etwas zu wünschen übrig, aber nichtsdestotrotz punktet er hier bei uns trotzdem. Gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier 1800 Watt Leistung, er ist kabelgebunden, hat ein Gewicht von 6,68 kg, ein Fangsack mit 45 Litern. Er hat ein tauschbares Saugrohr, einstellbarer Tragegrot, einen Blasluftstrom von 285 kmh und er ist natürlich hier um 75% leiser. Eine Häckselfunktion ist auch mit dabei und natürlich auch ein robustes Gehäuse und hier sehen wir auch schon mal auf Amazon, hier können wir die einzelnen Produktabbildungen sehen, wie man den am besten anwendet und natürlich auch dann betreibt. Und da kommen wir auch gleich mal zum Preis, der fällt hier auch sehr gut aus, 79,99 Euro. Dafür, dass es von Bosch ist, kann man sich hier wirklich nicht beschweren. Den Link, den gibt es natürlich auch unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf. Jetzt gehen wir weiter zu den Produktdetails. Wie gesagt, die Leistung von 1800 Watt ist hier ausreichend und sorgt natürlich dafür, dass es halt deutlich leiser ist. Hier nochmal ein paar technische Daten und eine Produktbeschreibung, die natürlich leider etwas mag ausfällt. Deswegen gehen wir gleich mal weiter zu den Kommentaren und Bewertungen, aber die fallen gut aus. Wir haben hier ein Topgerät, hohe Qualität, leistungsstarker Laubsauger und auch alles weitere kann sich hier sehr positiv sehen lassen. Falls ihr also Interesse an diesem hochwertigen Markenprodukt von Bosch habt, dann schaut euch, wie gesagt, den nochmal nach dem Video an. Den Link, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung, da müsst ihr nur draufklicken. So, und nun würde ich sagen, kommen wir einfach zum nächsten Platz und zwar zu Platz 2. Auf diesem Platz landet bei uns wieder ein Einhellprodukt und zwar der GE CL 36 LI. Der große Vorteil an diesem Laubsauger ist, es ist ein Akkulaubsauger, ihr müsst also kein lästiges Kabel mehr auf- und abbauen und hindurchherschleppen. Wir haben hier zwei Lithium-Ionen-Akkus mit dabei, eine Schnellladetechnologie, einen modernen bürstenlosen Motor. Es ist ein Blas- und Sauggerät mit einer Häckselfunktion, 45 Liter Fangsack, ein Tragekurt. Die Nachteile leider ist die Leistung natürlich nicht so hoch, weil es ein Akkugerät ist. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir hier einen bürstenlosen Motor, ein Gewicht von 3,3 Kilogramm. Akkus sind mit dabei, Schnellladetechnologie, wir haben einen Tragekurt, ein zweiteiliges Saugrohr, ein Blasluftstrom von 210 kmh, maximale Saugleistung von 720 Quadratmeter in der Stunde, eine Häckselfunktion und auch eine Akkuzustandsanzeige. Jetzt gehen wir auch gleich mal weiter hier direkt zu Amazon, schauen uns den nochmal hier an und auch den gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung als Link. Also wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auch zu dieser Seite hier. Hier gibt es in verschiedenen Variationen, einmal mit und einmal ohne Akkus. Wir haben uns jetzt hier für die Variante mit zwei Akkus entschieden, bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis für 180 Euro an. Jetzt gehen wir mal weiter runter zu den Details. Hier wird nochmal eindeutig alles erklärt, er ist hier sogar Nummer 2 bei den Laubsaugern, also ein wirklich sehr durchdachtes Produkt, was sehr gut ankommt. Hier sehen wir nochmal auch die verschiedenen Möglichkeiten mit den Akkus. Die Akkus gibt es in vielen verschiedenen Größen und somit könnte das sehr variabel sein, was die Laufzeit angeht. Auch weitere technische Daten fallen hier sehr positiv aus. Es ist wirklich ein sehr ausgereifter Laubsauger, der aktuell auf dem modernsten Stand ist. Die Bewertungen sehen gut aus, er macht was er soll, er ist hübsch anzusehen und sorgt natürlich dafür, dass der Laub ordentlich eingesaugt wird. Platz 1 und hier dann ebenfalls ein Einhellprodukt und zwar der GC-IL 2500E Laubsauger. Dieser Laubsauger punktet vor allem durch seinen sehr günstigen und guten Preis, durch seine hohe Leistung. Das ist ebenfalls ein Saug- und Blasgerät, er hat eine Häckselfunktion, einen 40-Liter Fangsack, Drehzahlregulierung, Tragegrott und ein geringes Gewicht. Die Nachteile ist es leider kein Akkugerät, sondern eins mit Kabel, dennoch der Preis spricht, denke ich, für sich. Gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Und da haben wir hier eine Leistung von 2500 Watt, ein Gewicht von gerade mal 3 kg, er ist kabelgebunden, er hat eine Drehzahlregulierung, wie gesagt, ein Tragegrott. Wir haben ein zweiteiliges Saugrohr, ein Blasluftstrom von 240 kmh und die Saugleistung maximal 650 m² in der Stunde, die Häckselfunktion 10 zu 1. Und jetzt schauen wir uns den mal direkt auf Amazon an und wie immer gibt es den Link unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Produktabbildungen, das sieht eigentlich wirklich sehr gut aus, er bietet wirklich sehr viele Funktionen für einen sehr geringen Preis. Und wenn wir uns jetzt hier mal den Preis anschauen, ich denke, der spricht für sich. Er kostet gerade mal um die 32 Euro und das ist wirklich erstaunlich günstig für das, was er so alles bietet. Er ist also der ideale Alltagsbegleiter, um euch hier wirklich sehr viel Mühe und Zeit beim Laubaufsammeln zu sparen. Hier sehen wir auch nochmal die technischen Daten und Produktdetails und auch die fallen hier wirklich sehr gut aus. Es ist wirklich alles sehr ausführlich hier beschrieben, alles Nötige, was man im Grunde über den Laubsauger wissen muss. Jetzt gehen wir auch gleich weiter zu den Bewerderinnen und die fallen super aus, es ist ein super Sauger. Es ist wirklich hier ein tolles Gerät. Denkt mal vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, es ist wirklich hier die beste Alternative für euch. Und deswegen ist er auch unser Vergleichssieger in diesem heutigen Video. Wie gesagt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf. Wir haben also unseren Vergleichssieger, es steht also fest, es ist der Einhell GCEL 2500E. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier einen sehr guten Preis, eine sehr hohe Leistung. Es ist ein Blas- und Sauggerät, der hat eine Häckselfunktion, ein 40 Liter Fangsack und ein sehr geringes Gewicht. Das soll es nun gewesen sein zu den besten und beliebtesten 5 Laubsauger und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, alle Informationen und Links zu den Produkten, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an www.staubsaugertest24.de Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien. Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akku-Staubsauger. Wir haben hier Roboter-Staubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte im Direktvergleich, da gibt es mal Testberichte und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Ich bedanke mich nun fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr in dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Bis bald!